Der Einschlaganker Impact ist eine Schwerlastbefestigung mit Zulassung für Beton in den Größen M6 bis M20. Der Dübel hat innen drin einen Konus, der mit einem speziellen Setzwerkzeug eingetrieben werden muss. Für den 12er Dübel muss ein 15er Bohrloch erstellt werden, 50 mm tief. Anschließend muss das Bohrloch nach Zulassung gereinigt werden, das heißt abwechselnd mit dem Ausbläser und mit der Reinigungsbürste das Bohrmittel. Nun wird der Dübel von Hand ins Bohrloch eingesetzt. Und der Konus mit dem Setzwerkzeug eingetrieben. Bis das Setzwerkzeug mit dem Rand auf dem Dübel aufsitzt. Nun können wir eine metrische Schraube eindrehen oder eine Gewindestange. Nun kann man es nicht mehr schlafen, denści hat sich jetzt noch mal so schlafen. Jetzt wird die Konus mit einem italienischen Schraube eingetrieben. Halt eine koordinierung der Konus mit dem Schraube. Wenn die Konus mit der 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 Konubert? Vielen Dank.